Glut des Berges, forme dich, zu gleifendem Stahl, dem Helden zu dienen, dem Feind zu besiegen. Wir sind immer noch gerade im Ugdan Hafen in Ferdog, da hatten wir beim letzten Mal aufgehört, wo wir beim Kapitän die gestohlene Lieferung von dem Vierfingersalm abgegeben haben und wir haben uns bei dem Kapitän Diedelbrack auch nochmal so ein bisschen angesehen, was er denn so schönes dabei hat. Es gab auch ein paar schöne Sachen, nur die Preise haben uns nicht so ganz gefallen. Naja, haben wir uns gedacht, das lassen wir nochmal offen, aber jetzt wollen wir uns mal gepflegt um andere Dinge kümmern. Der liebe Vorgrim sagte uns, also die Sache mit dem Brunnen, das würde ihn so doch irgendwie in den Fingern kitzeln und wir sollten uns das nochmal anschauen. Also mal schauen, ob ich den Brunnen reparieren kann, die richtige Position der Hebel entscheidet, ob Wasser fließt oder nicht. Mit ein bisschen Kombinationsgabe sollte das hinbekommen zu sein. Ja, ich weiß zwar nicht, was man da kombinieren soll, aber wir lassen uns mal überraschen über die zwergischen Fähigkeiten. Also gehen wir jetzt mal schnell rüber, das war glaube ich Grafenschaft. Da mussten wir uns sowieso noch so ein bisschen umschauen, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, das ging hier lang, Grafenschaft. Ja, also Grafenschaft müssten wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken, da waren wir ja nur sehr kurz gewesen. Ja, das sind die, da geht es um diese Händlergeschichte, aber das kriegen wir später. Da geht es zur Grafenschaft und hier müssen wir noch an dem gefährlichen Huhn vorbei und ja, hier ist mal wieder nischt. Schön, auch schön und das ist ja interessant, das ist ja irgendwie so ein, kann man da irgendwas machen? Hm, nee, leider nicht. Okay, dann gehen wir mal in die Grafenschaft rüber. Mit mir dir, du Huhn! Ja, das Laden dauert irgendwie immer so lange. Gibt's ja gar nicht. Wollte schon sagen, ist gerade dunkel, aber nee, ist nicht dunkel, okay. So, mal kurz auf die Karte schauen, also wir sehen auch, wir haben, ja wir sind einmal so mitten herum so ein bisschen gelaufen. Ich lese hier gerade Kaserne, okay, da waren wir auch noch nicht. Eine Werkbank sehe ich da, mach mal größer. Ja, ich nehme an, da ist noch das ein oder andere der Prajos-Tempel, da waren wir ja gewesen. Wir gehen mal vielleicht direkt geradeaus, da müsste dann der Markt sein, ne? Sieht auch so aus, genau, hier ist ja der Markt und da ist ein Brunnen. Das war aber glaube ich nicht der Brunnen, sonst würden wir ihn schon schreien hören. Was haben wir hier so? Ein Rüstungshändler, den hatten wir beim letzten Mal auch gesehen. Das ist hier dann wohl die Kaserne, der Rondra-Tempel, da waren wir noch nicht. Da gehen wir auch nochmal gucken, da gehen wir jetzt gucken. Ich bin zu neugierig. Wohl, da geht's, ähm, ich dachte es geht nur bis da unten, aber da geht's dann noch weiter. Ne, das machen wir gleich, wir werden jetzt erstmal Brunnen gucken. Der Vorgrim, der ist ganz unruhig. Er sagt, Mensch, ich hab da so eine Idee, mir hat da mal jemand was erzählt. Und, hört ihr es, da ist er schon wieder. Ja, okay. Dann wollen wir mal gucken. Ja, lass es mich noch einmal probieren. Genau genommen wird... Jetzt jammer doch nicht, Vorgrim wird das schon richten, denke ich mal. Der ist ja immerhin ein Zwerg und das Ganze ist ja eine Zwergensache hier. Eine Zwergengeschichte. So, Vorgrim. Ich weiß zwar nicht genau, was du vorhast. Aber guck dir das mal genauer an. So, was sagst du denn? Ja, Vorgrim meint, dass das eben komisch ist, das hier und dort Rauch aufsteigt. Und er meint, das könnte sein, dass eben diese Schalter in der richtigen Position sind. Und er müsste die anderen umlegen. Mach mal. Allerdings muss ich gestehen, ich sehe jetzt hier keinen Rauch. Das wäre ja sonst logisch, dass dann eben hier auch Rauch käme. Aber das ist nicht so. Na gut, versuchen wir das mal. Ähm, dann musst du den natürlich auch noch umlegen. Ja, ähm, dreimal kein Rauch. Bist du dir sicher, Vorgrim? Na, versuch's mal. Aber da kommt ja auch was. Perfekt nochmal, ihr habt es geschafft. Das Wasser rauscht wieder durch die Leitung hier großartig. Lasst uns schnell nach oben gehen und das Ergebnis bewundern. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ach, Meister Ugosch. Ihr da, bei Angrosch, was macht ihr denn hier unten an meinen Maschinen? Ugosch? Ihr habt euch hier gar nicht zu beschweren. Der Brunnen oben ist ausgefallen, während ihr eintrinken gewesen seid. Was heißt denn hier eintrinken? Ich war unten und hab die Pumpe gereinigt. Dann hat irgendein Spinner an den Hebeln herumgespielt und mir den ganzen Dreck ins Gesicht gespritzt. Und in den Bad. Uh, naja, das wusste ich ja nicht. Also, äh, das war dann wohl ein Versehen. Macht bloß, dass ihr hier rauskommt, sonst vergesse ich mich. Los, los! Nicht schlecht. Danke, Forgrim, du hattest den richtigen Riecher. Also das war doch eine schöne Sache. Okay, dann sind jetzt, äh... Das war knapp. Haha, man sollte sich nicht mit einem wütenden Zwerg anlegen. Doch schaut, das Wasser fließt wieder. Grobin wird zufrieden sein. Ja, wenigstens einer ist jetzt zufrieden. Und der andere putzt sich den Dreck aus dem Bad. Okay. Ähm. Nochmals vielen Dank, Elferrieder. Hier ist eine kleine Belohnung für eure Mühen. Ja, dann sind wir vielleicht auch zufrieden. Was haben wir denn bekommen? Ähm. Wahrscheinlich geldmäßig, oder? Habe ich gar nicht aufgepasst. Kann man das denn in der Konsole sehen, was wir bekommen? Äh, nee, kann man nicht sehen. Ist ja, ist ja merkwürdig. Ist ja sonderbar. Okay, dann hätten wir das ja schon relativ schnell erledigt. Mensch, Forgrim, sag mal, wie hast du das denn hingekriegt? Woher wusstest du das denn? Zwerggeheimnis. Gut. So, jetzt muss ich mich nochmal orientieren. Dann gehen wir jetzt mal hier so ein bisschen durch die Gehege, würde ich mal sagen. Und schauen uns mal um. Komm, Elfie, geh mal voraus. Ähm. Oh, ich habe immer so das Problem mit der Orientierung. So, das war jetzt hier das. Die Grafenresidenz, genau. Da waren wir dann ja ursprünglich rausgekommen. Und hier haben wir ja gerade gesagt, da wollten wir mal... Nee, da wollten wir nicht runtergehen. Da geht's zum... Prajusplatz und wohl nur zum Prajusplatz. Nee, das war jetzt nicht der Weg, den wir da gerade gesehen hatten. Aber egal. Also, wie rum wir jetzt laufen, ist ja auch egal. Hm. So, dann kommt mal. Trödelt nicht so rum. Die Idee war doch prächtig, Brüder, oder nicht? Was haben wir denn da? In der Tat, mein Lieber, in der Tat. Da kommt wieder jemand. Hm. Hey, ihr da. Lust auf ein Spiel? Wollen wir ein Spiel machen? Ah, klar, das möchte ich gerne spielen. Okay. Ja, dann sprich den mal an. Spielt eine Runde und gewinnt. Was sagt ihr? Ja, wenn wir gewinnen, ist alles gut. Was spielt ihr denn für ein Spiel? Ein Glücksspiel, natürlich. Ach. Ein schnelles Spiel. Ach. Ein Spiel, das eure Konzentration fordert. Ach. Ähm. Könnt ihr euch noch an das Kartenspiel erinnern? Genau. Wow. Ihr müsst nur gut aufpassen, dann gewinnt ihr auch. Ihr seht aus wie jemand, der einen wachen Geist hat und gerne gewinnt. Also, was sagt ihr? Erklärt mir doch erstmal die Regeln und dann lasse ich mich dann vielleicht drauf ein. Nun gut, wir drei stehen in einer Reihe. Ja, und ihr drei seht alle gleich aus. Ja, ja. Drillinge eben, ne? Dann laufen wir durcheinander. Okay. Also, Hütchenspiel mit Zwergen. Dann stellen wir uns wieder in einer Reihe auf. Und wenn ihr mich, also ihn da in der Mitte, wenn ihr mich unter den Dreien dann wieder herausfinden könnt, gewinnt ihr das Doppelte des Einsatzes. Also, was sagt ihr? Mit einem Dukaten seid ihr dabei. Spielt ihr eine Runde? Was meinst du, Gladys? Eine Runde kann nicht schaden. Ich hab euch sofort angesehen, dass ihr gerne spielt. Ich bin Borlox. Also, er ist Borlox. Also, der mit dem roten Bar. Zu meiner rechten Ballasch. Und links von mir Bugul. Okay. Wir müssen aber nur Borlox herausfinden. Wie gesagt, findet mich nach unserem Lauf und gewinnt. Und der Gewinn gehört euch. So. Dann, äh, Konzentration, liebe Leute. Jetzt, äh, wollen wir mal gucken. Alles klar. Ich werde gut auf euch aufpassen, Borlox. Du hast recht. Los geht's. Er steht wieder in der Mitte. Habe ich das richtig gesehen? Ja, er steht wieder in der Mitte. Okay, er hat ja mich angesprochen, dann mache ich das. Bin ich's oder bin ich's nicht? Ja, klar bist es. Ihr seid Borlox. Richtig! Ihr habt mich gefunden. Da habt ihr aber gut aufgepasst, Fremde. Hier, euer Gewinn. Und zwei Dukaten. Was macht ihr noch? Was? Wollt ihr noch ein Spiel? Ich glaube, dass die uns gleich beim nächsten Mal betuppen wollen. Deswegen machen wir jetzt mal folgendes. Wie ich sage, erst mal nein. Ihr könnt nur gewinnen. Kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Ja, das ist klar, dass die das jetzt so sagen. Ähm, wir haben aber doch so einen besonderen Zauberspruch, wenn ich den jetzt mal finden würde. Sensiva Empathicus. Und das sollte unsere... Okay, Etikette haben wir. Los, fünf. Wie ist das denn passiert? Höh? Ach so, das ist bestimmt der Anhänger, den wir da haben. Menschenkenntnis müssen wir erhöhen. Eigentlich müssten wir ja Zwergenkenntnis erhöhen, oder? Okay. Entschuldigung, Folge. Ähm, und das geht, soweit ich weiß, mit Sensiva Empathicus. Sagt uns das nochmal. Der Verzauberte kann die Gefühle und Stimmungen des Gegenübers erkennen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Sache. Das werden wir jetzt dann auch uns mal auferlegen, bevor wir uns jetzt... Geh auf dich selber, bitte. So, was hat's gebracht? Gar nichts? Wie, gar nichts? Ach so. Du musst abwarten. Du musst immer abwarten. Plus eins, ja, das ist sehr großartig. Ähm. Okay, hoffentlich klappt das jetzt. Lust auf ein weiteres Spiel? Ja klar, jetzt nochmal. Ah, ihr seid ein wahrer Spieler. Ihr gewinnt, wenn ihr mich, Boorlox, den da findet. Euren Einsatz bitte. Bin bereit. Hier habt ihr euren Dukaten. Auf geht's. So, Mitte. Da ist er. Da. Läuft er hier lang. Wir machen, glaube ich, immer die... Er steht wieder in der Mitte. Das ist ganz klar. Ja, sie laufen immer gleich. Bin ich's? Bin ich's oder bin ich's nicht? Klar bist du's. Ihr seid boorlox. Ei, dieses Mal liegt ihr aber falsch. Ihr könnt uns wohl nicht unterscheiden, was? Ich bin boorlox. Was sagt ihr? Noch ein Spiel? Okay, Gladys hat wohl noch eine höhere Menschenkenntnis als ich. Da ist was faul. Ihr schummelt doch. Ein schwerer Vorwurf. Wir sind ehrbare Leute. Ja klar. Ihr seid Falschspieler. Ich habe genau aufgepasst. Ich werde euch der Garde melden. Wer weiß, wie viele Leute ihr bereits um ihr schwerverdientes Geld gebracht habt. Oh, ah, nein. Wir wollten uns nur einen kleinen Scherz mit euch erlauben. Bitte ruft nicht die Garde. Ihr bekommt auch euren Verlorenen an Einsatz zurück. Den will ich aber mindestens. Ich möchte jetzt auch meinen Gewinn. Das will ich hoffen. Und weh, ich erwische euch noch einmal. Dann werde ich euch melden. Ist das klar? Das wird nicht mehr vorkommen. Wir versprechen es. Hier ist euer Geld. Los zum Hesinde-Tempel. Ja, auf zum Festplatz. Vielleicht gibt es da noch spielfreudige Leute. Das sind Jackanitan. Okay. Na gut. Das mit den Fässern, das machen wir dann wirklich noch mal. Also das kennt ihr ja schon. Wir machen das nicht öffentlich, dass wir hier uns am fremden Eigentum da vergehen. Das müssen wir natürlich im Schutze der Dunkelheit machen. Und das werden wir dann auch bei Gelegenheit wieder ausräubern. So wie immer. So, hier geht es so schön runter. Und das ist so der Parallelweg zu dem da. Ja, okay. Auch schön. Ein Städter. Na gut. Das sieht aus wie irgendwie so ein Hof. Ja, also da. Ja, wenn der jetzt gerade nicht käme. Ja, wir haben Blumenpflücken, glaube ich, das. Wie bitte? Ich glaube es nicht. Ist wohl noch ganz verwirrt von den Zwergen. Was haben wir denn hier? So eine heimliche Gasse. Ah, hier sieht uns keiner. Ihr drei, ihr passt mal auf, dass keiner kommt. Ist das klar? Na klar. Okay. Und Elphi nimmt natürlich mal wieder die Fäuste. Ja. So, das war jetzt mal eine Ausnahme. Also sonst machen wir das natürlich nicht. Ah, da ist da noch einer. Und, hat uns einer gesehen? Ich versuche mein Bestes. Lass das mal vor Grimm machen. Nee, lieber nicht. Gut. Hat geklappt mit dem Ingerknöchel brechen. Also, beinahe brechen. Und wir gucken... Hallo. Wir gucken uns weiter um. Da kommt ihr. Braucht jetzt nicht mal aufpassen. Was haben wir denn hier? Städte. Ein Tor. Achso, da geht's raus. Eine Torwache. Okay, können wir mit dir reden? Nee. Also das ist das Südtor, wie wir hier lesen können. Wie man es lesen kann. Wie man es lesen kann, ist ein Vorteil. Städter, Städter, Kiste. Pferdchen. Ja gut, aber wir wollen ja jetzt nicht rausreisen, sondern... Was haben wir da noch? Eine Krämerin. Was darf's sein? Hallo Frau Talerfein. Ich weiß nicht genau, was ihr hier gerade so im Angebot habt. Aber zeig doch mal her. Ja, Pfeile, Bolzen, Verbände, Seife, Parfüm, Eilsalbe, Blutegel. Was macht man denn mit Blutegeln? Guck mal, wir haben also so ein paar rostige Nägel. Eine Mausefalle, ein Fellfetzen. Kannst du mal so haben, ne? Kommt, liebe Leute, das führt hier zu nix. So. Ja, jetzt werden wir uns mal weiter umsehen, was denn hier noch so überall so ist. Und wie das von Steffen geht, was uns so begegnen wird. Das sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Däumchen da. Würde mich freuen. Gerne auch ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wie immer, macht's gut. Bis bald. Tschüssi, Kowski. Tschüssi, Kowski.